Hallo meine Freunde, was geht ab? Zurück bei CakeTV und so weiter. Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich finde den Twitch-Kanal ebenfalls nett. Ja, vielleicht hat er den Kanar gar nicht gemacht. Ja, wir reden gerade auch über Mimi. Der wurde nämlich gesperrt. Heute möchte ich mal mit euch über etwas komplett anderes reden. Und es ist auch kein Stream-Ausschnitt oder so, es ist wirklich ein Video. Heute möchte ich mal über das Thema Investments reden. Und warum ich das Video erst so spät mache, obwohl ich schon seit vielen Jahren über bestimmte Dinge mit euch rede, also die Leute, die mich lange verfolgen, wissen, wenn wir längere Streams haben, und dann rede ich ab und zu auch mal hier über die und die Investments in Richtung Aktien, die und die Investments in Richtung Krypto. Warum mache ich jetzt erst ein Video dazu? Naja, ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie mit euch das Ganze, wenn ich das Ganze irgendwie öffentlich mache, wirkt das wie so ein Weird Flex. So mäßig, jo, er zeigt uns, was er auf dem Konto hat. Wow, er ist so reich, ui, so mäßig, ja, gibt noch weiter an oder so. Allerdings habe ich tatsächlich, also das ist nicht die Intention dahinter, meine Inspiration, warum ich das jetzt überhaupt mache, kommt tatsächlich von einem Kollegen, und zwar von 2Mary. Ihr kennt wahrscheinlich 2Mary, wenn ihr meinen Kanal kennt, wir haben öfters schon im Ungeklickt Videos von ihm zusammen angeguckt, und er hat schon öfters in letzter Zeit Videos gemacht, wie zum Beispiel Einmordaktienhandel oder auch hier irgendwo, was weiß ich, eine Woche am Börsen. Also ich persönlich muss aber auch sagen, ich finde, sowas ist generell halt nicht Weird Flex. Also ich zum Beispiel zeige ja auch meine Einnahmen, aber ich will jetzt auch nicht damit angeben, weil ich meine, dass ich halt gut verdiene, weiß eigentlich jeder, der minimal Ahnung davon hat, also damit anzugeben, ist dann relativ schwierig. Ich persönlich finde es eigentlich cool, wenn so YouTuber auch wirklich mal über so Investments und solche Sachen reden, weil man da als Zuschauer dann vielleicht auch nochmal so einen anderen Blick oder sowas drauf kriegt, und man ja automatisch so ein paar Informationen bekommt. Also wir haben keinen mehr, hast du alle getrunken? Ja, dann sag doch mal, dass die alle sind. ...markt und so weiter hätte auch schon mal sein... Natürlich trinkst du die. Nein, ich habe meinen Red Bull hier. Nee. Sein Depot gezeigt, ja, sein Portfolio. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Herangehensweise, also da muss ich auf jeden Fall einmal Respekt an Tomary raushasseln, denn er war einer der ersten, ich sag mal, Unterhaltungs-YouTuber, die jetzt nicht nur in die Richtung Business, Aktien, Krypto, Investments machen, die wirklich transparent ihr Depot, ihr Portfolio einfach mit den Zuschauern teilen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich sage euch auch, warum ich das sehr, sehr spannend finde, ist, nicht weil ich jetzt denke, oh, Tomary ist jetzt irgendwie so ein total geiler Finanzberater oder ein Financial Advisor, das bin ich übrigens auch nicht. Das heißt, alles, was ihr in diesem Video von mir seht, ist meine Entscheidung und es sind keine Tipps für euch oder keine Leitfaden, wie ihr es machen sollt oder kauft mir bitte nicht genau meine Kryptos nach oder irgendwas, weil das kann alles auch richtig in die Hose gehen. Ihr könnt da sehr viel Geld mit verlieren. Und genauso sehe ich das auch bei Tomary. Er ist kein Finanzberater, sondern er macht das einfach aus Unterhaltungsgründen. Also für mich ist das ein sehr unterhaltsames Video. Wenn ich mir ein Video angucke, wo er halt sagt, okay, guck mal, ich habe so und so viel Geld in... Vor allem 157.000 in Aktien, Alter. Tesla hat zum Beispiel investiert. So und so viel Geld in die und die Aktie. Und das finde ich sehr, sehr cool. Wenn ihr euch wirklich ausführlich mit dem Thema Investments auseinandersetzen möchtet und ihr habt noch keine wirkliche Ahnung davon, ist hier auch ein guter Kanal, der wird hier gerade vorgeschlagen, das ist Überfluss. Das ist der zweite Kanal von Finanzfluss. Die machen da wirklich eine sehr, sehr saubere Arbeit im deutschsprachigen Raum. Gibt es da sehr wenige gute Kanäle. Und ja, also Finanzfluss kann ich auf jeden Fall ganz klar empfehlen. Habe ich öfters schon im Stream empfohlen. Die machen sehr unaufgeregte, sehr unemotionale, gute, sachliche Informationsvideos zu verschiedenen Assets und so weiter und so fort. Zeigen auch, wie zum Beispiel ihr eigenes Team investiert hat und so weiter und so fort. Kann ich euch auch nur empfehlen. Also, ich habe mal bei der AFA angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war, glaube ich, 2015 noch. Das ist auch so, also kannst du halt quasi hingehen und die zeigen dir dann quasi, wo du halt bessere Versicherung kriegst, wo du halt quasi Geld sparen kannst und so. Ist halt wirklich sehr, sehr spannend. Der Hauptsatz, der da immer war, es macht mehr Sinn, eine Stunde über Geld nachzudenken, als eine Stunde dafür zu arbeiten. Ja, ich weiß, Ultra Deep hier auf jeden Fall jetzt am Start. Ja, war aber so eine Schneeballfirma, deswegen bin ich da auch sehr schnell wieder raus. Aber ich habe wirklich auch gesehen, dass das auf jeden Fall echt was bringt, sich über sowas halt auch grundsätzlich mal Gedanken zu machen. Zum Beispiel, wir hatten einfach einen, der hat da irgendwie so eine Lebensversicherung abgeschlossen und der hat dann da monatlich halt Geld eingezahlt und dann wollte er sich die irgendwie nach 30 Jahren auszahlen lassen, um dann in Rente zu gehen. Und ist halt einfach davon ausgegangen, dass er irgendwie Betrag X bekommt. Und dann, ja, konnte man das ja ausrechnen, wenn man sich damit halt befasst hat. Und der Typ hat halt irgendwie 50.000 weniger hätte er bekommen oder bekommt er, wenn er da rausgeht, als er dachte. Und hat auch noch ein, zwei andere Baustellen. Und der wollte einfach irgendwie mit, ich glaube, 60 in Rente gehen. Ja, konnte er vergessen. Also ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, aber vorbei. So komplett einfach. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, sich da Gedanken zu machen. Und ja, so Finanzfluss kann ich euch auch empfehlen. Die gucke ich auch hin und wieder mal. Da habe ich auch gerne mal dabei. Finde ich sehr spannend. Also wenn ihr euch wirklich mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchtet und nicht einfach jetzt hier das Unterhaltungsvideo sehen wollt, was hat Unge gemacht, schaut euch gerne mal Finanzfluss an. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Stell dir vor, dass der eine Typ, der dich angeschrieben hat, recht hatte und du wirst in fünf Jahren sagen, hätte ich auf den Typen gehört. Naja, es geht nicht darum, was er geschrieben hat. Dogecoin? Dogecoin? Keine Ahnung, ist mir auf jeden Fall vom Begriff. Ich bin da selber in der Szene drin. Aber es ist so eine dumme Nachricht. Er so, ja, investier Geld. Man geht davon aus, dass das in ein paar Jahren mehr Geld wert ist. Ja, du kannst aber auch alles verlieren. Ja, wow. So, das kannst du halt zu allem schreiben. So, ja, investier jetzt in Bitcoin, Alter. In fünf Jahren ist das viel mehr wert. Ja, oder du hast alles verloren. So, das ist halt... Also, ja, danke, Bro. Schön. So funktionieren Aktien und diese ganze generelle Währung und so. Dankeschön, Bro. Schöner Tipp. So, ja, investier rein. Vielleicht wird es mehr. Ja, kann aber auch weniger werden. Mal gucken. Allgemein muss ich auch sagen, ich bin eher ein schlechtes Vorbild, was Aktien und Krypto angeht, weil ich investiere tatsächlich eher oder auch bevorzugt in eher volantilere Assets. Das heißt, ich stecke eher mein Geld nicht unbedingt großteils in ETFs, wo man sagt, okay, hey, in zehn Jahren habe ich da eine gute Aussicht auf einen Profit, ohne ein sehr hohes Risiko zu haben, sondern ich bin eher so jemand, der auch mal größere Investments in Einzelaktien oder auch in Altcoins, also in der Kryptowelt, in Altcoins oder ja, solche Geschichten reinsteckt. Das solltet ihr nicht machen, gerade wenn ihr das Geld braucht. Also wenn ihr irgendwie Geld über habt, wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal als Beispiel, sagen wir mal als Beispiel, ihr seid Raucher und ihr kauft euch in einem Moat eine Packung Zigaretten weniger und steckt die fünf Euro oder sechs Euro oder wie viel Zigaretten kosten, dann in vielleicht Krypto oder in die Börse oder so. Das ist eine gute Sache. Da könnt ihr schon mal anfangen, da reinzuschnuppern, aber steckt bloß nicht jetzt großes Summen da rein, weil ihr denkt, oh, ich werde damit schnell reich. Da sind schon sehr viele Leute mit auf die Nase gefallen. Macht das bitte nicht. Also ganz, ganz klares No. Wenn ihr das Geld braucht, investiert in keine... Ja, es ist halt quasi wie Glücksspiel, nur ein bisschen anders. Also man sollte halt echt nur Geld investieren, was man halt auch wirklich übrig hat. Wo man jetzt sagt, okay, wenn das weg ist, ist es egal. Guckt euch Wirecard an. Ja, Volantile Assets. So, also in so, ja, in Investments, die sehr schnell hoch und sehr schnell auch runtergehen können. Das mache ich damit. Okay, also, heute möchte ich nicht über Aktien reden. Die Leute, die mich aktiv schon länger verfolgen, wissen, ich habe schon öfters über verschiedene Investments von mir in Aktien gesprochen, aber ich habe noch nie ein Video dazu gemacht. Werde ich auch wahrscheinlich nicht. Ich hatte zweimal sehr viel Glück bei den Aktien. Ich würde sagen, was Aktien angeht, bin ich eher sehr lucky unterwegs gewesen. Nicht unbedingt sehr vorausschauend oder sehr weise. Hast du was in Aktien drin? Ja. Ich habe nie... Aber nicht so ultra viel Geld. Nie große Teile in ETF oder so investiert, obwohl ich das selber eher anderen Leuten... Also ich fange ja jetzt quasi erst an. Also ich hatte jetzt ja quasi bis letztes Jahr noch Schulden und konnte halt da ja generell nichts einzahlen und ich habe halt dann quasi erst dieses Jahr halt angefangen. Aber jetzt mit Hausbau und so weiter lasse ich auch vieles halt gerade eher auf der Bank, weil ich ja dann Eigenkapital brauche und Grunderwerbsteuer und whatever so. Aber ja, ich hau da auf jeden Fall schon monatlich trotzdem ein bisschen was rein. Sondern ich bin immer so ein bisschen mehr in risikoreichere Investes reingegangen. Mein größtes, mein erster größter Glücksgriff war Beyond Meat. Als die Aktie rausgekommen ist, habe ich da einen sehr, sehr hohen Anteil von eingekauft für einen Größerungsinvest. Das heißt, dann als die gut gestiegen ist, bin ich raus, weil ich dachte, hey, man muss doch wissen, wann Schluss ist, weil ich irgendwie, da war ich sehr overwhelmed, sage ich mal. Und dann habe ich davon einen großen Teil wieder in Tesla investiert. Das wissen die Leute, die bei mir zugucken, die kennen die Story. Und da hatte ich auch relativ viel Glück. Das ist ja im letzten Jahr gut gestiegen. Und sonst muss ich sagen, habe ich eine relativ, keine so spannende Aktiengeschichten zu erzählen. Also das waren zwei richtig gute Glücksgriffe. Aber heute möchte ich über Aktien reden, heute möchte ich über Krypto reden. Und warum? Weil ich aktuell wieder, also ich war 2018, 2017, war ich sehr, 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 sehr krass im Krypto-Hype. Habe da auch mir einmal die Finger gut verbrannt, habe ungefähr 50.000 Euro verloren. Muss man auch dazu sagen, weil das kann eben jedem passieren. Gerade in so einem Bullenmarkt, wie wir gerade sind. Also wenn ihr euch mal anguckt, wenn ihr euch mal anguckt, Bitcoin ist gerade auf dem Höchststand jemals. Also wenn ihr das Video seht, ist der vielleicht sogar schon auf dem Höchststand. Ja, ich habe noch Ripple auf jeden Fall und Dings, aber die sind irgendwie nicht wert. 50.000 vielleicht ist auch wieder ein bisschen runtergegangen. Ripple und die Jota habe ich mir mal geholt. Gerade jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, ist der bei 48.700 Dollar. Das ist ganz schön krank. Das hätte ich am Anfang des Jahres auch nicht gedacht. Das war schon ziemlich krank. Aber auch sehr, sehr viele Altcoins, also außerhalb des Bitcoins, sind sehr, ja, einfach sehr, 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 sehr stark am Wachsen und auch am Schwanken. Ja, aber die habe ich mir halt auch, muss man auch dazu sagen, so 2.15 oder 2.16 mal geholt. Und weil ein Kollege meinte so, ja, mach das, ist das nächstgroße Ding. Und die waren da nicht so teuer. Und dann dachte ich so, ja, keine Ahnung, hau ich mal beide irgendwie 500 rein, guck einfach mal, was passiert, mein Gott. Wie gesagt, das ist halt einfach dann so dieses, wenn du halt einfach so aus, quasi aus Risiko dann sagst, okay, ich gehe da einfach rein und dann gucke ich einfach, was passiert. Also ich meine, wenn die 500 weg sind, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Also, beziehungsweise solange es die Währung gibt, habe ich das Geld ja quasi halt in den Coins. Also ich kann die auch einfach behalten. Banken, ne, gestern war auch sehr, 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 sehr viel Auf und Ab. So. Ich habe mir einmal die Finger verbrannt, warum mache ich trotzdem weiter? Naja, ich habe das allererste Mal, habe ich 2015 Bitcoin gekauft. Leider, leider nur 10 Stück. Die haben da ungefähr pro Bitcoin, habe ich da 500 Euro bezahlt. Und das war für mich damals 2015 schon sehr, sehr viel Geld, da 10 Stück zu kaufen. Und natürlich im Nachhinein denke ich, wir hätten mehr eingekauft. Aber im Endeffekt, ich bin jetzt auch nicht unzufrieden darüber. Denn zum aktuellen Kurs von 50.000 Dollar habe ich damit weit über einer halben Million Plus gemacht. Alter. In Dollar. Und dann habe ich 2020, also letztes Jahr erst, als der Bitcoin nochmal bei 5000 ungefähr war, habe ich nochmal 5 nachgekauft. Weil ich dachte, oh komm, 5, schade nicht. Ich ärgere mich wieder im Nachhinein, dass ich nur 5 gekauft habe. Also ich hatte auch, ich habe mir auch Dings geholt, Bitcoins, aber nur, oder ich hatte noch welche. Wie viel hatte ich denn am Ende? So 0,5 oder so. Die habe ich mir auch so bei 5000 geholt. Und ich bin bei 20k raus, weil ich mir so dachte, ja okay, wird nicht noch höher gehen. Und jetzt, ich habe das Geld quasi noch auf der Seite. Also ich könnte mir halt jetzt wieder was holen. Ich habe mir so gedacht, ja gut, ich warte jetzt, bis es runter geht, aber es geht immer höher. So, ne? Ich finde irgendwie da nicht mehr so rein. Also irgendwie zu viel Risiko gehe ich dann halt auch nicht. Ich dachte, das geht wieder runter und da wollte ich irgendwie bei, es ist dann weniger als wieder kaufen. Aber momentan ist es halt echt, ja bitter, ne? Und ja, bei mir war das auch genauso, ne? Also in der Zeit, wo ich so davon mitbekommen habe, vor allem halt wegen Manuel, ne? Weil der da so minimal ein bisschen drin war in dem Geschäft, habe ich halt auch davon halt mitbekommen. Und ich hatte leider nie Geld, wenn ich so die Möglichkeit hatte, da wirklich rein zu investieren. Ging irgendwie nicht. Weil er meinte auch so, Digga, kauf dir das, ne? Und wo er das gesagt hat, haben die, glaube ich, 200 Euro gekostet. Und ich dachte mir auch so, ja, also ich hatte halt nicht viel Geld zu dem Zeitpunkt. Konnte gerade so alles bezahlen. Da dachte ich so, ja Digga, es geht irgendwie nicht, ne? Ist bitter. Hätte ich mir nur einen einzigen geholt, hätte ich halt quasi jetzt 48.000 Dollar Gewinn gemacht, ne? Weil die da ja quasi gar nichts gekostet haben. Ist wirklich sehr traurig. Bis 2021 hatte ich 15 Bitcoins, die ich nie abgegeben habe. Also auch die von 2015 habe ich nicht abgegeben. Ich habe damals aber sehr viele andere Altcoins habe ich abgestoßen, wo die sehr, sehr gedroppt sind. Ja, auf jeden Fall, meine Bitcoins habe ich dann behalten. Die 15 Bitcoins habe ich auch im Ledger. Das heißt, die habe ich offline. Kann niemand hacken oder irgendwas. Selbst wenn man niemand die Bitcoins klaut oder den Ledger klauen würde, der bräuchte meine Keys. Ich könnte da eh nichts mit anfangen. Das heißt, das ist so eher so Tresor-Investment. Die packe ich nicht an, die lasse ich einfach ruhen. Ich habe mir jetzt... Kass 15 Stück, hat er gesagt, hat er bei 50.000. Anfang des Jahres im Januar, als der Bitcoin so bei 26.000 war, habe ich mir nochmal zwei geholt. Und jetzt vor kurzem nochmal, vielleicht nochmal so anderthalb oder zwei. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Und das ist so der Ausgangspunkt Bitcoin. Dann habe ich noch verschiedene Altcoins. Ich werde euch gleich mal anfangen, in einer Börse was zu zeigen. Warum möchte ich euch das zeigen? Einfach nur, weil ich das eben von Tomary sehr inspirierend finde, dass er halt seine Aktien offen zeigt. Und weil ich euch einfach nur zeigen möchte, es gibt auch Möglichkeiten, relativ konservativ, ohne so hohes Risiko in Krypto zu investieren. Ich möchte euch trotzdem nicht dazu raten, das zu machen, aber ich möchte euch einfach nur verschiedene Wege zeigen. Wir gehen mal rein in meine Wallet. Ich möchte euch davor kurz noch sagen, ich benutze insgesamt drei Online-Wallets neben meinem Offline-Wallet. Und zwar benutze ich einmal Binance. Das war meine Hauptbörse oder ist meine Hauptbörse. Dann benutze ich noch Coinbase. Und ich habe jetzt vor ungefähr zwei Wochen, ungefähr genau vor zwei Wochen, habe ich mir einen Account gemacht bei Krypto.com. Krypto.com ist jetzt nicht so von der Größe, nicht so groß wie, ich kann mal die Webseite aufmachen. Vielleicht ist es besser, das zu verdeutlichen. Thema ist mir zu lamer. Siehst du, das ist halt sehr traurig, weil eigentlich sind das jetzt Informationen, die man halt kriegt, die jeden von uns weiterbringen. Also klar, so Finanzen generell immer ein sehr trockenes Thema, sage ich selber. Aber sich grundsätzlich damit zu befassen, bringt einem im Leben halt deutlich mehr weiter. Also wenn wir jetzt halt einfach ein Video gucken von FIFA-Gaming und sagen, der hat das Video 20 Mal hochgeladen. Ja, also solltest du ein bisschen an deinem Mindset arbeiten. Krypto.com ist jetzt von der, übrigens ist es kein Bezahlung. Ist minderjährig, ja und? Ist doch scheißegal, Digga. Ich kenne auch Leute, die minderjährig sind und die in Kryptowährungen investieren. So, und ich kann euch, also ich meine, es ist natürlich halt die Frage immer, soll man das machen oder nicht? Also grundsätzlich sein Geld irgendwie anzulegen, ist natürlich immer gut. Das, was man übrig hat natürlich nur. Und ja, so quasi Tipps zu bekommen, wie haben andere das gemacht, ist halt immer gut. Selbst wenn man das nicht selber so macht, ist es ja trotzdem nice, mal die Sichtweise zum Beispiel von einem Unge zu hören, dass man halt einfach weiß, jo, wie geht der damit eigentlich um? Und dann hat man ja vielleicht seinen eigenen Weg, dann kann man ja vergleichen, okay, welche Punkte sind besser, welche sind schlechter. So, also ich finde es schon sinnvoll, sich auf jeden Fall solche Videos anzugucken. Selbst wenn man jetzt sagt, ihr macht es noch nicht, wenn ihr dann in einem Jahr oder zwei doch mal Bock habt, da reinzugucken, dann habt ihr wenigstens schon mal was davon gehört. Das Video oder irgendwas, ich würde auch keinen Placement mit diesen Seiten eingehen, einfach weil dann wäre ich nicht mehr, dann wäre ich nicht mehr unbeteiligt und könnte euch wirklich sagen, was ich darüber denke, dann müsste ich sagen, oh ja, die Seite ist sehr, sehr toll. Also Kryptowährungen kommen erst seit zwei Wochen, bin aber tatsächlich sehr zufrieden mit der Seite. Und das zeige ich euch heute mal. Ich habe nämlich, dieses Video plane ich schon seit zwei Wochen und ich habe vor, gehabt, eine Wallet aufzumachen. Zuschauer-Wallet. Eine Wallet aufzumachen vor zwei Wochen und dann euch so ein bisschen Entwicklung zu zeigen. Ja, und das mache ich jetzt gleich mal. Genau, was ist der Vorteil von Kryptowährungen? Du hast mit dem Mindset, das ist ein Joke wegen den ganzen Leuten, die heutzutage mal so Videos rausbringen, so, hab das richtiger Mindset. Es gibt so verschiedene Stufen von Kryptokreditkarten, was ziemlich interessant ist. Und da muss man halt eine gewisse Anzahl von ihrem eigenen Utility-Token, Utility-Coin halten. Das ist der CAO-Coin. Und dann hat man so verschiedene Vorteile. Also, wenn man jetzt zum Beispiel die teuerste Karte nimmt, da müsste man 5 Millionen CAO-Coins investieren. Also, das ist nicht ausgegebenes Geld, sondern das ist Geld, was du auch wieder abheben kannst irgendwann. Allerdings müsstest du es für sechs Monate staken. Na gut, wie teuer sind die, ist die Frage, ne? Spotify kriegst du anscheinend, Netflix, Prime. Also, für ein halbes Jahr musst du staken. Das bedeutet, hier müsste man ein halbes Jahr sein Investment lagern und dürfte es nicht mehr anfassen. Und wenn du das machst, dann schaltest du dich sozusagen für so eine Karte frei. Und je nachdem, was für eine Karte du hast, kriegst du halt Vorteile. Also, bei der Karte für 5.000 CRO, das sind umgerechnet so ungefähr gerade aktuell 300 Euro oder 280 Euro oder sowas in den Dreh. Tja, wie viel sind dann? 5 Millionen, ne? Da kriegst du 2% Cashback und du kannst Spotify, wenn du Spotify hast, kannst du komplett die Spotify kosten, also die 12 Euro im Monat oder whatever, kannst du dir komplett wieder zurückzahlen lassen auf deine Cryptocurrency. Was ganz, ganz spannend ist und bei der Höchsten hast du nochmal so besondere Features. Ist ein ganz cooles System. Ich habe mich jetzt hier für diese Karte eingetragen, für die 500.000 CRO-Coins. Da habe ich vor zwei Wochen, als ich die Seite angefangen habe, habe ich 500.000 CRO geholt. Die waren da ungefähr im Wert von 27.000 Euro. Ich wollte gerade sagen, man kann sich ja die teuerste holen, aber doch nicht. Da habe ich mir diese Karte geholt. Bin ich dann doch eher raus. Und ich möchte euch einfach jetzt mal meine Worte zeigen. Ich habe jetzt lang genug gelabert. Ich würde sagen, rein in die Bücher. Ah, ich habe das Video sogar schon offen. Und zwar ist es dieses Video hier. So, jetzt bitte. Ich kann mich nicht erschrecken. Das ist erstmal eine hohe... Junge, Alter. Ja, da war mehr Geld da drauf, als ich in meinem Leben verdient habe. Eine hohe Zahl, eine hohe Summe. Aber das ist vielleicht nicht, aber trotzdem. Klar. Aber, was ich hiermit einfach nur zeigen möchte, ist nicht, jo, ihr braucht so und so viel Geld, damit ihr da investieren könnt, sondern egal, ob ihr euch für Aktien oder für Cryptocurrencies entscheidet, jeder kann theoretisch mit auch wenig Geld, kann er sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich gerade, gerade meiner Meinung nach, ist die Zeit heutzutage, wo es so viele Neo-Broker gibt, also die ganzen Online-Broker und alles außerhalb des Bankgeschäfts abläuft, wo jeder das privat machen kann, wichtiger denn je, dass ich auch Privatpersonen, auch mit einem normalen Einkommen, darüber informieren und manchmal vielleicht sagen, hey, verzichte ich jetzt vielleicht, wie eben schon gesagt. Ja, ich meine, das Gute an Bitcoin ist jetzt zum Beispiel auch, du musst ja nicht ein Bitcoin kaufen, sodass du da 40.000 Euro investieren musst, sondern du kannst ja theoretisch auch 0,01 oder so holen, was dann halt 400 Euro sind zum Beispiel. Also im Endeffekt kann halt jeder, egal wie viel Geld er hat, in Bitcoin investieren. Er gibt natürlich so einen Mindestbetrag irgendwie auf den einzelnen Seiten, für wie man dann kaufen muss. Aber grundsätzlich ist das halt, ja, ist bei jeder Krypto so, ich habe jetzt einfach Bitcoin als Beispiel genommen, weil es halt die größte ist. Also das macht eigentlich schon Sinn auf jeden Fall, sich da mal zumindest zu informieren. Sag auf die Packung Zigaretten und steck mal die 5 Euro vielleicht in das Investment oder so. Keine riesen Übersummen, die einem wehtun, sondern halt langsam rantasten und dann zu gucken, hey, okay, spannendes Thema, beschäftige ich mich vielleicht da mehr mit, weil es schadet nie, auch Privatpersonen nicht, auch Leuten mit einem normalen Einkommen, jetzt nicht irgendwelchen Promis oder YouTuber oder Influencern, die jetzt... Ja, vor allem bitter, Gina hat mal erzählt, die hat irgendwie so, ich weiß nicht, 2012, 2013 rum oder so, mal so, hier, wie heißt es denn, so Umfragen gemacht im Internet und hat dafür Bitcoins bekommen. Er findet die natürlich nicht mehr. Ich sage mal, damals waren Bitcoins nichts wert, also würde mich nicht wundern, wenn die tatsächlich sehr viele Bitcoins hätte und das Geld halt quasi einfach weg ist. Ich weiß nicht, wie viel man damals dafür bekommen hat. Ja, aber damit rechnet man natürlich auch nicht. Jetzt so heutzutage denkt man sich halt auch so, ah, hätte man da mal irgendwie mehr Geld reininvestiert oder so. Ja, aber mein Gott, ist ja genauso mit den Lottozahlen eigentlich. Ich kann mir auch sagen, hätte ich mal genau das gewählt. Aber ja, ich glaube, also ich weiß nicht, wie viel die hatte, weiß sie auch nicht. Kann auch sein, dass es nur 0,1 waren oder so. Gut, selbst das wären jetzt 4.000 Euro, aber tja, schon hart. Wo so abgehoben sind und da irgendwie jetzt 400.000 Euro drin haben. Sondern jeder profitiert eigentlich davon, wenn er sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das ist meine Meinung. So, wie gesagt, meine Haupt-Online... Ich glaube, du musst, wenn du Bitcoins als normales Geld dann überweist, musst du, glaube ich, Einkommenssteuer einfach darauf zahlen, oder? Gibt es dafür so eine Extrasteuer? Ich weiß gar nicht. Also bei Aktien ist es ja so, dass du hier so Kapitalertragsteuer oder sowas da zahlen musst. Ich bin ja bei Trade Republic zum Beispiel angemeldet. Und da zum Beispiel muss ich sagen, ich hatte mir BioNTech-Aktien gekauft, aber nicht so viele. Ja, weil das waren so meine ersten Versuche. Deswegen habe ich nicht so viele da reingehauen. 21 Stück hatte ich halt mir geholt für... Ich gucke hier gerade mal, wie viele waren das? Ich glaube, 50 Euro oder so waren die da teuer. Und habe die halt jetzt für 100 verkauft. Also meine Rendite auf der Seite war 74,16 Prozent, weil ich mir gedacht habe, ja, Impfstoff ist momentan knapp. Gibt bestimmt irgendeine Firma, die da nochmal reingrätscht oder so. Und am Ende ist es halt weniger. Also habe ich halt das Doppeltangeld halt quasi wieder rausgeholt. Also das war in Ordnung für mich. War ich auf jeden Fall zufrieden. Und auf der Seite siehst du ja die Abrechnung. Also da wird automatisch Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag abgezogen. Ich glaube, dann sollte das eigentlich klappen. Aber ich würde zur Sicherheit immer nochmal dem Steuerberater sagen, wenn man da Dings hat. Ja, es kommt auch auf die Dauer an und so weiter. Ja, genau deswegen. Ich habe BioNTech dann halt abgestoßen, weil ich halt dachte, ja gut, höher gehen die glaube ich nicht. Und bevor ich da dann Verlust mache, haue ich die einfach raus. Wobei die generell ja auch gut dabei sind. Die forschen ja auch an anderen Sachen. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Tja, aber mal gucken. Der Wallet ist Binance. Das heißt, ich habe einen Teil von meiner Binance Wallet habe ich rüber geschoben zu Crypto.com. Und habe da ein paar Sachen ausprobiert. Und die möchte ich euch heute mal zeigen. Genau. Was habe ich hier gemacht? Also erstmal, das ist eine App. Also die läuft auf deinem Smartphone. Und da hast du alles drin. Du kannst hier Favoriten setzen. Also Favoriten von Coins, die du im Auge behältst. Mega der mehr. Mega der wahrscheinlich nicht. Das ist hier einfach nur die Startseite sozusagen. Hier siehst du deine insgesamten Web. Aber Platte hat gecallt. Er würde dich im 101 easy klappen. Schlagen oder was? Okay, Digga, komm her. Also wie so ein Bank. Ich habe heute erst Training gemacht. Auf dieser Bank kannst du so, du kannst quasi sagen, das ist wie so ein, wie eine Online-Bank. Nur eben, dass es eher in Richtung Krypto sich bewegt. Und ich habe jetzt hier einmal durch die App durchge... 400k zum Kotzen, Alter. Warum genau ist das zum Kotzen? Kannst du mir das erklären? Und da sieht man auch verschiedene Sachen. Die zeige ich euch einmal kurz. Hier sieht man immer so die stärksten Coins des Tages. Also was ist besonders abgegangen heute. Und dann gibt es hier noch verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel den Supercharger. Da kannst du noch Sachen lagern und da kriegst du besondere Benefits und so. Aber das ist jetzt alles gerade für das Video heute nicht so interessant. Ich kann euch gerne mal ausführlicher Sachen dazu erzählen. Dann seht ihr schon unten eingeblendet. Es gibt einen Refer-Code. Junge, heftig. Der, der sich ein... Mario Kart 64. Der, der meinen Code benutzt, kriegt. Nee, Super Mario 64. Ebenfalls 25. Wenn er nochmal 5000 Cro-Coins steigt, also im Wert von 300 Euro lagert, nochmal 25. Ist eine ganz nette Sache. War mal mehr. Die hatten mal 50 vor einem Jahr oder so. Sind aber ein bisschen runtergegangen. Einfach weil die... Also meine IOTAs. 230 Stück davon sind 276 US-Dollar wert. Voll gut. Die sind hochgegangen. Ich hätte mal 50 oder so. Und dann habe ich noch Ripple. 340 Stück. Die sind immerhin 190 Euro wert. Naja, Bro. Ich bin drin, würde ich sagen. Das war, glaube ich, zu teuer auf Dauer für die Seite. Aber ist trotzdem ganz interessant. Also falls ihr euch für Krypto interessiert, könnt ihr gerne natürlich meinen Raffling anbenutzen. Habe ich in die Beschreibung gepackt. 25 Dollar. Mashallah. Man kennt ihn. So. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht jetzt um die verschiedenen Sachen. Genau. Das ist diese ICY-Karte. Habe ich euch ja eben gezeigt. Das sind verschiedene Karten. Ich habe diese Karte beantragt. Habe ich euch eben ja gezeigt, was die verschiedenen Karten können. Soweit die da ist, mache ich mal ein Unboxing. Sehr, sehr, bin ich mal sehr gespannt drauf. Also ich habe die jetzt eben vor einer Woche ungefähr beantragt. Ähm, dann gibt es noch den Punkt, ähm, Kryptowallet. Da seht ihr, ich habe, obwohl ich auf diesem gesamten Konto über 400.000 Euro drauf habe, ist auf meiner Kryptowallet nur 96.000. Hä, was hat das zu bedeuten? Das erzähle ich euch gleich. Hier auf dieser Kryptowallet halte ich keine Bitcoin. Warum? Weil für mich sind Bitcoin immer eine Langzeitinvest. Ich verkaufe meine Bitcoins nicht. Ich gebe meine Bitcoins nicht ab, sondern Bitcoins halte ich. Die Wallet ist etwas, das ist eher eine flexiblere Geschichte. Ähm, hier habe ich verschiedene Altcoins drauf, die ich auch interessant finde. Die ich allerdings nicht unbedingt jetzt für einen Monat oder drei Monate oder längere Zeit fest den einlagern möchte. Manche davon schon, manche nicht. Aber das ist auf jeden Fall aktuell einfach nur das, was ich sozusagen im Portemonnaie quasi liegen habe. Genau. Wenn ihr jetzt aber schon seht, was sehr interessant ist, ich habe ja gesagt, vor zwei Wochen habe ich diese Krypto.com-Coin, also den Utility-Token von Krypto.com, habe ich gekauft für 28.000 Euro. Der ist jetzt nach zwei Wochen, ist der auf 40.000 Euro hochgestiegen. Also ungefähr 10.000 Euro, also ein bisschen mehr als 10.000 Euro Profit innerhalb von einer relativ kurzen Zeitspanne. Ja, schon heftig, ne? Aber man darf sich davon natürlich nicht blenden lassen, ne? Genauso schnell kann es natürlich halt wieder runtergehen, ne? Kann sein, wenn er das jetzt ein halbes Jahr hält, dass es nur noch die Hälfte wert ist oder so, ne? Durch den Utility-Token. Und das wäre mir auch egal, wenn der runtergeht, weil ich muss den ja einfach eh halten für meine Benefits. Also du hältst den, den Token hältst du ja eh für die Karte und für verschiedene Benefits. Aber es ist schon mal cool, dass er steigt, weil ich kriege auch noch zusätzlich noch einen Personal Interest. Also ich kriege 12% jährlich gerechnet obendrauf Zuschlag, was ganz nice ist. Da kommen wir auch gleich nochmal intensiver zu. So, da habe ich hier verschiedene Altcoins in meinem Wallet. Natürlich auch ein bisschen Dogecoin fürs Meme. Und verschiedene kleine... Verschiedene kleine... 50.000 Dogecoins, heißen die so? Positionen, ne? Ähm... Genau. Und... Jetzt safe hoch, wenn er die App jetzt bewirkt. Ich denke schon, dass ich einige bestimmt danach da... Genau, jetzt seht ihr... Meine 2.000 so als Meme-Digger mal... Meine Krypto-Wallet hat zwar 96.000, aber meine Krypto-Earn hat 328.000. Das ist die Aufteilung, woher das Geld zustande kommt. Und zwar folgendermaßen, du hast halt diese drei Positionen. Fiat-Wallet, also Fiat-Wallet ist immer Euro-Dollar. Also wenn du normales Geld drauf einzahlst, habe ich gar kein... Ich habe kein normales Geld da drauf. Dafür benutze ich mein Bankkonto oder whatever. Auf jeden Fall habe ich hier kein normales Geld drauf. Ich habe alles in Krypto. Ähm... 96.000, die einfach nur in meinem Portemonnaie auf der Webseite sozusagen rumliegen. Das ist schon krass eigentlich. Wenn du mir überlegst, er hat einfach 400.000 Euro... Also es ist natürlich nicht sein, er hat natürlich noch viel, viel mehr Geld. Aber wenn du mir das überlegst, einfach 400.000 Euro drauf. Er könnte sich das jetzt auszahlen, könnte sich eine Eigentumsordnung holen, so. Die nur dadurch arbeiten, dass sie entweder steigen oder sinken. Und da habe ich noch etwas in Krypto-Earn. Krypto-Earn ist etwas, da kannst du auch diese jährlichen Renditen absahnen, wenn du bestimmte Coins da lagerst. Ähm... Was ganz interessant ist. Und das möchte ich euch einmal jetzt auch zeigen. Ihr seht hier verschiedene Coins mit verschiedenen... Ähm... Per Anum. Das ist jährliche... Jährliche... Rendite sozusagen, die sicher ist. Und der Punkt ist der, ähm... Ihr seht es, verschiedene Coins haben verschiedene Prozente. Also der USD-Coin, das ist übrigens einfach nur ein Coin, also es ist ein Stable-Coin, es gibt verschiedene Stable-Coin. Ähm... Der USD-Coin ist einer von vielen Stable-Coin, die einfach an den Dollar geknüpft sind. Das heißt, in den letzten 6 Monaten als Beispiel hat er sich nicht bewegt. Also er ist immer auf dem gleichen Stand. Und ich habe immer so 100.000 bis 150.000 Euro auf jeder Online-Börse in USD-Coin. Warum? Falls mal der Bitcoin extrem runterkracht oder irgendeine Währung, äh... Oder irgendeine Cryptocurrency, die ich... Der ich extrem truste, wo ich extrem Vertrauen drauf habe, dass er in 10 Jahren auf jeden Fall, ähm... Sehr, sehr stark sein wird. Da habe ich immer ganz schnell Geld, was ich da rausnehmen kann. Und in den Bitcoin reinstecken kann. Also für mich ist der Bitcoin immer das... Das, äh... Das Hauptziel, ne? Der Bitcoin ist immer das... Der sollte immer das Größte. Also wenn ihr... Wenn ihr Krypto holt... Ja, vor allem auf jeder Seite. Hätte er gesagt, er hat drei Seiten. Also hat er auch einfach auf jeder Seite mindestens nochmal 150.000 Euro. Sollte der größte Teil meiner Meinung nach... Nur meine persönliche Meinung. Ich bin, wie gesagt, kein Tendersberater. In Bitcoin sein. Ich habe hier auf der Seite auch, ähm, jetzt... Ja, 1,6 Bitcoins ungefähr, ne? Also hier habe ich einmal einen, äh... Ungefähr zwei Bitcoin. Habe ich einmal hier für drei Monate gelagert. Ähm, einfach um zu gucken, wie ist dieses... Ja, diese, diese Personal... Also diese, diese Prozente, die du oben drauf bekommst. Das ist sehr, sehr nice. Ähm, ich habe das, wie gesagt, erst seit... Ich glaube, diese Krypto haben wir uns erst seit einer Woche. Oder seit... Ja, seit weniger als einer Woche. Und ich habe schon 200 Euro damit plus gemacht. Also einfach das Geld, was du ausgeschüttet bekommst. Ähm, hier sind ja flexible Assets. Das heißt, das kriegst du... Das kannst du jederzeit abheben. Bekommst aber dafür auch nur 8%. Normalerweise bekommst du bei Stablecoins noch ein bisschen mehr. Also bis zu 12% noch und so weiter und so fort. Bitcoin sind 6,5% bei drei Monaten. Plus nochmal 2% in Crow-Tokens, die ich nochmal bekomme. Ähm, und dann gibt es auch verschiedene andere Geschichten, ne? Ja, voll gut eigentlich, ne? Ich habe hier noch, ähm, ähm, 22.000 Binance-Coin. Nochmal 22.000 Binance-Coin. Also insgesamt, äh, ja, über 40.000. Naja, natürlich hat es Unge wahrscheinlich an sich nicht nötig, Geld zu investieren. Aber man darf ja auch nicht vergessen, theoretisch, wenn jetzt zum Beispiel der Finanzmarkt irgendwie komplett crasht, es eine riesen Inflation gibt oder das Geld so nichts mehr wert ist, dann hat er halt vielleicht, sagen wir jetzt einfach mal, 10 Millionen auf dem Konto, die aber halt gar nichts mehr wert sind. Und so, und, äh, dann ist es ja gut, in verschiedene Dinge halt zu investieren, ne? Viele YouTuber investieren ja zum Beispiel auch in Immobilien, ne? Ref Insight hat ja zum Beispiel 300 Stück oder so. Ähm, das ist ja auch sehr klug, ne? Weil das dann halt einfach noch vielleicht sicherer ist oder so, weil du dann wirklich auch was hast, was existiert, so. Ähm, aber trotzdem ist es ja dumm, sein ganzes Geld einfach auf der Bank zu lassen, auch wenn er das an sich vielleicht nicht nötig hat. Es ist ja, er hat es ja nur Vorteile, wenn er das halt macht, ne? Plus, wenn man natürlich viel Geld hat, kann man es auch viel, äh, noch vermehren, ne? Ja, 1000 Euro im Binance-Coin, also insgesamt 400 Binance-Coin habe ich hier auf der Seite. Binance-Coin ist so wie der CAO-Coin. Äh, wo ist der CAO-Coin? Also dieser hier, das ist der, das ist nicht der Utility-Token von Crypto.com, sondern Binance-Coin ist der Utility-Token von Binance, logischerweise. Ähm, das heißt, damit kann man in alle anderen, äh, Coins tauschen. Ähm, ich finde, Utility-Token ist immer sehr interessant, weil ich glaube, aktuell interessiert sich da. Äh, Tim, er hat nie gesagt, dass man sich da anmelden soll. Er hat sogar am Anfang gesagt, dass man das halt nicht machen soll. Und, äh, ja, vielleicht ist es an sich, äh, risikoreich, aber, ähm, auch irgendwie nicht extrem risikoreich, ne? Also eigentlich läuft es halt ziemlich gut. Durch auch die verschiedenen Dinge, die in letzter Zeit passiert sind, dass Tesla auch, äh, in Krypto investiert hat und so, ähm, interessieren sich immer mehr und mehr Leute. Es wird immer mehr Mainstream-Krypto. Und dadurch wachsen natürlich auch die, die Seiten, also Krypto.com oder auch Binance wachsen natürlich die Seiten. Und diese Seiten, äh, wenn die wachsen, ist natürlich auch ein guter Indikator für die eigene Utility-Coin. Ähm, ich habe als Beispiel mal vor, ähm, ich kann euch mal ein Beispiel zeigen. Also ich habe hier 400, ich habe 400, äh, Binance-Coins hier, ne? Auf dem Wallet. Ähm, ich habe insgesamt, äh, ich habe insgesamt hier, äh, 1000... Naja, er hat halt überhaupt nicht gesagt, dass er damit einfach Geld verdient. Hat er nie gesagt, er hat sogar selber gesagt, dass es immer Risiko ist. Er hat auch am Anfang gesagt, dass er schon Geld verloren hat. So, ich meine, das ist generell immer so das Problem, finde ich, weil er sagt ja einfach nur seine Erfahrungen. Und es ist ja eigentlich momentan so, dass Bitcoins und generell die Kryptowährungen, die hätten doch gar keine schlechte Zeit. So, er kann gar nichts Schlechtes sagen. So soll er sich jetzt irgendwas ausdenken oder was? Er sagt ja einfach nur, das, was er macht und das, was er da rein investiert hat, auf der einen Seite zumindest, ist doch spannend. So, er hat nie gesagt, dass man da, dass da jetzt irgendwer investieren soll. Er hat sogar davon abgeraten, das zu machen. Also verstehe ich das Problem halt nicht. Äh, 1000 Binance-Coins habe ich gekauft. Er hat gesagt, er hat in einer Woche schon 200 verdient. Ja, aber wenn er in der Woche 200 verdient hat, soll er gar nichts sagen oder was? Soll er das wegschwärzen? Also so dämlich, ey. Und zwar am 1. Februar. Ich poste auf Twitter immer mal wieder, ich poste auf Twitter immer mal wieder, wenn ich, ähm, ja, wenn ich irgendwelche Kryptos kaufe oder wenn ich irgendwie sage, hör euch, das sieht gerade gut aus, ich mache auch jetzt öfters die Warnung dazu, dass halt eben, äh, Krypto ein sehr spekulatives Asset ist. Packt niemals gerne Geld dran, was ihr braucht und so weiter und so fort, einfach damit die Leute Bescheid wissen. Aber ich teile gerne meine, meine Erfahrungswerte teile ich sehr, sehr gerne euch. So, auf jeden Fall, ich habe am 1. Februar habe ich 1000 Binance-Coins geholt. Ähm, am 1. Februar, kann ich euch mal zeigen, am 1. Februar war, ähm, am 1. Februar, äh, war Binance bei 48 Dollar, ich habe es glaube ich bei 45 Dollar gekauft. Ja, bei 45 Dollar habe ich, äh, Binance-Coins gekauft und, ähm, und natürlich, äh, wie gesagt, müssen wir mit Altcoins immer noch besonders vorsichtig sein, weil Altcoins werden oft zum Dumpen und so benutzt und zum Pumpen und so, aber, ähm, er ist jetzt hochgegangen innerhalb von, nur zwei Wochen, ist er von 45 Dollar pro Coin auf 134 Dollar hochgegangen. Not bad. 134 Dollar hochgegangen. Könnt ihr euch ausrechnen, ähm, wenn ich 1000 Coins davon gekauft habe, ähm, pro, äh, für jeden Coin, äh, 45 Dollar und jetzt sind die Coins pro Coin auf 134 Dollar und das war ja nur, ähm, ein Teil, den ich jetzt veröffentlicht habe, ähm, es ist eine ganz gute Sache, also, als Beispiel gibt es immer noch Leute, die natürlich sagen, hey, äh, klar, also es gibt auch viele Leute, die haben dann auch geschrieben, hey, äh, stabil Plus gemacht in zwei Wochen, Glückwunsch und so, finde ich saunice, die Leute, die das aktiv verfolgen, ähm, es gibt auch natürlich Leute, die sagen, seid vorsichtig und so, finde ich auch wichtig, zum Beispiel Syrinx sagt, alles außer Bitcoin und maybe ETH zu kleinen Teilen ist Dogshit, Bro, wird nur genutzt für Pump and Dub. Ähm, stimme ich zum Teil zu, jetzt gerade sind wir einfach in einem, in einem aktiv, äh, sehr, 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 äh, wilden Markt. Allerdings, allerdings, wenn ihr seht, ähm, es war ein sehr gutes Invest, also, es ist auf jeden Fall kein Dogshit. Also, ich, ich bin auch jemand, der, äh, ich bin auch jemand, der sehr, ähm, sehr interessiert an Altcoins ist. Ich finde auch, Bitcoin ist die Macht, Bitcoin ist die, Bitcoin ist der Papa, Bitcoin gibt den Kurs an, aber ich bin auch ein großer Fan von Ethereum, ich bin ein großer Fan von Cardano, Chainlink und, äh, auch zum Beispiel Binance-Coin oder CRO-Coin, finde ich super, super interessant. Und deswegen stecke ich da auch Geld rein, ja, aber das muss ja jeder für sich selbst wissen. Genau. Geh mal, geh mal weiterhin, ähm, im, im, also, das ist quasi das Geld kriegst du, das kriegst du wöchentlich ausgezahlt und das sind einfach die, die, also die, ja, die Prozente, die du dafür, dass du das da hältst, bekommst. So viel kriegst du übrigens bei keiner Bank. Jetzt zeige ich euch, jetzt zeige ich euch eine Sache natürlich, klar, wenn ihr Bitcoin drei Monate lagert oder, oder Binance-Coin drei Monate lagert oder so, kann natürlich sein, dass ihr abcrashen, dann kannst du dich rausholen. So ein Aktien-Depot wäre mal spannend. Die Aktien würde ich ja auch spannend finden, ich weiß nicht, ich bin jetzt so bei Bitcoins und so bin ich auch nicht so drin. Weil ich bin generell ja nicht so krass da drin, aber Aktien mache ich mir auch nicht. Wenn ich nicht immer darauf achte, ob ich die raushole oder nicht, oh, das sinkt gerade, dann ist es einfach Entspannung. Okay, aber jetzt zeige ich euch noch eine Sache, wie ihr relativ konservativ mit Krypto investieren könnt, ähm, wo ihr trotzdem mehr bekommt, also, äh, mehr Rendite bekommt als bei jeder Bank. Ähm, und das zeige ich euch jetzt gleich mal, das ist sehr, sehr interessant meiner Meinung nach. Und zwar hat das folgendermaßen zu, ich werde euch jetzt gleich nochmal zeigen, ich glaube ich zeige jetzt nochmal oben auf das Fragezeichen. Da zeige ich nochmal die verschiedenen, das zeige ich jetzt nochmal die verschiedenen, ähm, ja, wie viel, wie viel Prozente man da bekommt. Und da sieht man, wenn ihr so und so viel Coins haltet, ne, wenn wir 5.000 Coins haltet, bekommt ihr da mehr Prozente auch. Ähm, das ist natürlich eine sehr kluge Herangehensweise von Krypto.com. Dadurch stärken die ihre eigene Währung, ähm, weil Leute halten das, um dann wieder auf, auf anderen Seiten, äh, also über andere Kryptos Profits zu machen, was ganz cool ist. Aber jetzt seht ihr hier eine Sache, die sehr interessant ist. Der USD-Coin, der ja immer stabil ist, der, der schwankt nicht, der geht nicht runter. Also auch wenn der Dollar crasht, dann crasht der auch, klar. Aber ist eine relativ stabile Kryptowährung im Vergleich zu, natürlich ist ein Stable-Coin, heißt ja, stabiler Coin. Im Vergleich zu zum Beispiel Bitcoin oder so, die auch mal gerne mal 10% am Tag schwanken können. Das ist gar nichts Ungewöhnliches. Der USD-Coin ist einfach quasi, das, was ihr eh auf der Bank habt, das Geld, nur umgewandelt in einen Coin. Ohne, dass ihr... Ja, denn das sehe ich auch. Also momentan sollte man grundsätzlich halt sehr aufpassen, weil, äh, ja, generell das Ganze gerade sehr in den Mainstream rutscht und sehr viele Leute jetzt halt irgendwie anfangen da zu investieren. Ich schätze mal, ein paar Monaten wird das wahrscheinlich nicht mehr so hoch sein. Deswegen habe ich auch, zum Beispiel, ich habe meine Bitcoins, also mein, was heißt Bitcoins, meine 0,4 oder was ich hatte, habe ich ja auch bei 20.000 halt rausgehauen. Weil ich mir auch so dachte, ja, das geht doch safe wieder runter. Ich meine, jetzt ist es was bei 50.000, gut, war falsch, ne. Konnte man ja nicht wissen. Ähm, aber da zum Beispiel ja auch, ich schätze auch nicht, dass es jetzt ewig hoch geht, ne. Deswegen, ich hatte auch bei 40.000, ich überlege, da soll ich nochmal rein, da dachte ich auch, ja, lieber nicht. Bei 40.000, wenn das dann wieder auf 10k runtergeht, es muss erstmal wieder so hoch kommen. Äh, deswegen bin ich gerade auch, was so Coins und so weiter angeht, eigentlich gerade sehr ruhig und gucke erstmal ab, was halt passiert. Vielleicht ist es dumm, vielleicht geht es auch noch 10 Mal so hoch wie jetzt und es kommt nie wieder runter, gut, dann hat man verkackt. Aber, ähm, muss ja jeder einfach selber wissen, ne, wie viel Risiko er halt gehen möchte. Also, ohne dass ihr hoch geht oder runter geht. Ihr könnt allerdings, wenn ihr diesen Coin hier einlagert für drei Monate, bekommt ihr 12% Interest Rate. Das heißt, wenn ihr 100.000 Euro auf diese Wallet drauf packt und diese 100.000 Euro überhaupt nicht in Bitcoin oder irgendwas anderes macht, sondern nur in USD Coin, bekommt ihr pro Jahr einfach 12.000 Euro, ähm, quasi von Crypto.com als, 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 als Bonus ausgesahlt, ja. Das bedeutet, wenn ihr 100.000 Euro einzahlt, also ich rechne jetzt 100.000 Euro, aber ich könnte es natürlich auch mit 1.000 Euro oder so rechnen, dann bekommt ihr pro Monat 1.000 Euro, ähm, wie als ob ihr quasi eine Immobilie kaufen würdet und sie einfach vermietet. Also, selbst bei einer Immobilie ist das schon eine ultra starke Rendite, denn versucht man Immobilie zu kaufen für 100.000 Euro und versucht dann mal pro Monat damit 1.000 Euro zu verdienen. Und, klar, kann man machen in bestimmten ländlichen Regionen und so, aber in der Großstadt kriegt ihr eigentlich 100.000 Euro, äh, ja, nicht wirklich eine Wohnung, die ihr dann für 1.000 Euro vermieten könnt. Also, das ist schon selbst in dem Bereich eine sehr, sehr, sehr gute Rendite. Und deswegen habe ich auch unter anderem die, ähm, 160.000 Euro da in USD Coins und halt, um sie rauszuholen, wenn mal irgendwas crasht. Ich bin eher jemand, ich halte eher, das heißt, wenn irgendwas crasht, dann gehe ich eher rein und kaufe nach. Ach, ne, also ich bin, ich möchte eher nachkaufen, genau. Ähm, dann zeige ich euch noch was Lustiges und zwar, ähm, hier nochmal kurz auf Crypto Earn, genau. Und dann zeige ich euch mal die verschiedenen Optionen, die man so aussah, also wenn ihr zum Beispiel jetzt auf Bitcoin klickt. Ja gut, ich weiß nicht, gut, jetzt haben wir eigentlich gesehen, was er hatte. Ich glaube, den Rest erklärt er halt eher noch, äh, was man da halt alles so kriegt. Ja, also du kannst ihn anpacken. Ich habe jetzt nur den USD Coin, die Geschichte. Gut, ich glaube, das müssen wir uns nicht alles angucken. Ich würde hier einfach mal Stopp machen, weil er erklärt jetzt halt nur noch die App und so weiter. Wir wissen jetzt ja ungefähr halt, was er da rein investiert und so. Aber ich kann mir das nicht angucken, wenn andere glücklich sind, Digga, das ist vorbei. Aber, äh, sehr spannendes Video, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls euch, äh, gecatcht hat, das auf jeden Fall zu Ende anzugucken. Ich finde jetzt aber 35 Minuten ein bisschen viel, um ehrlich zu sein, ne, für so einen Stream. Und dann, wenn ich jetzt auch noch einsatz zu diesem Spiel, weh redesigned, dann was bei mir geht, wo wir das nicht blieben. Und dann, wo wir das sicherlich haben. Und dann, wie uns jetzt noch mal will, wo wir da sind.